Stummi TV mit dem Halbfinale. R&C wie Cäsar, 17. des Wilhelmsdorfer. Weihnachtsturnier, Samstag, 17. Dezember 2016. Aufschlagen. Henry Niemann gegen Do. Und Do führt in Sätzen mit 1 zu 0. Auf Tisch Nr. 2, Finale Doppel, Edelholzer Eckner gegen Flossmann, Wilhelm Bolle. Applaus Eine ... Was der Tag! Vielen Dank. 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 Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.